Hallo und herzlich willkommen hier bei Pico1988 zu einem weiteren Strategie Mania Stream und heute wieder mit Warlords 2 Deluxe Edition und Folge Nr. 4 Wir haben heute die Arthussage vor uns Und dazu lief natürlich wie immer eine Umfrage auf meinem Biscuit Server Ja, seitdem wieder zwei Leute unglaublicherweise mitgemacht haben mit zwei unterschiedlichen Meinungen Auch hier zählt wieder die Erste die also die da war und das war wieder der gute Lunark Ja, also ich gewünscht hat, dass wir mit den Sachsen spielen Wir müssen ein, äh, ein Volk, äh, dass ich weiß, wie es, äh, äh, welches Land oder, beziehungsweise wie es ausgesprochen wird, ähm, beziehungsweise wer es dann ist Weil ich kenn mich mit der Arthussage jetzt leider nicht so gut aus Ähm, ja, wir haben nur sieben Leute anstatt acht Und wir nehmen, wie angesprochen, die Sachsen, haben wir sie schon Ähm, ich werde wieder, jetzt sind es 43, ähm, ich hatte letztes Mal glaub ich 40%, jetzt sind es 43 Ähm, machen wir mal 47% Wir haben jetzt quasi nur noch einen Knight Also einen der leichtesten Schwierigkeitsgrad ist hier Morgan Lefrey Ach, scheiß drauf Wir machen, wir machen mal 42% Alle sind auf mittlem Schwierigkeitsgrad Mal schauen, wie das hier, wie das wird Ähm, ja, genau Mal sehen Let the war beginn Oh, wir haben tatsächlich hier komplett, äh, Ostbritannien und Irland Sehr schön Äh, und Schattenland natürlich auch Oh je Wo landen wir denn da aus Sachsen? Keine Ahnung Na hinten im Eck drin, okay Äh, Red Sophia Okay, nehmen wir Oh, wir dürfen gleich mal Bauen wir doch gleich mal die Pikeman Sooo, äh, und Wir gruppieren die gleich mal Und gehen gleich mal hier in die Ruine Und schauen, was da los ist Oh Äh Was da los ist Einen Baisen Einen Baisen Ja, dann bitte doch Geld 1289 Nice Okay Ähm Das ist an sich gar nicht mal so verkehrt Hier hinten im Eck Oh, da ist ja schon ein Gegner Äh Einhorn Okay Oje Okay, äh Das ist natürlich Wir sind hier sehr nah am Gegner dran Oh, ich komm ja nicht mehr weg erstmal Äh Äh Ja Eieiei Das ist schon sehr sehr nahe Vielleicht hätte ich doch eher schauen sollen, dass ich drin bleibe Äh Ähm Keine so gute Idee gewesen, glaube ich Pfff was Ich hab's hier so früh schon einen Gegner Das ist nicht, das ist nicht so toll Warte Wie weit kann der denn gehen? Er hat ganz Irland für sich allein, das ist unfair Okay Das wird... das wird harisch. Das wird harisch. Wir gehen gleich hier runter. Die bewegt sich ja kaum. Schlimm. So holen wir uns hier mal gleich nur Erfolg. Und die Reiter. Das suchen wir hier gleich noch. Kommt nicht runter. Wir müssen uns gleich mal verteidigen hier. Wir müssen schauen, ob wir da vielleicht den Grünen gleich mal eins auf die Mütze geben. Wer ist denn das überhaupt? Das Feenvolk. Also das Feenvolk. Wir dürfen hier natürlich Pegasus und Einhörner und so weiter bauen. Schön. Toll. Okay. Puh, das wird interessant. Bei der Schwarze hier, der ist schon sehr extrem. Das ist der Morgan Le Fay. B. Oh. Okay. Wir hatten einen ziemlich scheiß Start. Eieieiei. Eieiei. 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 Der Oben ist nur noch beschissener hier. Mit seinen Zwei... Mit dem Ding hier, was er kaum da hat. So. Okay. Ähm. Musik Vielleicht mal eins nehmen hier Toll Sehr schön Hm Jetzt sind da schon wieder zwei Einheiten drin, das ist nicht so schön Äh Wir müssen erstmal warten bis wir ein paar Einheiten zusammengesammelt haben ... Also diese Morgen Der Fame macht echt ganz schön krach so am Anfang, ey Eine Güte. Die Pikten, ähm, das wird auch interessant. Aufgrund natürlich der Beschaffenheit des Ganzen, ähm, kommen da schnell Konflikte zusammen. Wir versuchen uns hier noch gleich mal ein bisschen auszubereiten. Äh... Wir ziehen uns hier mal. Wir ziehen dann hier in die Richtung. Äh... Was aber fällt, ist, dass die Einheiten nicht viele Bewegungspunkte haben. Das ist wahrscheinlich auch der Karte geschuldet. Weil sie halt eben nicht so groß und viel Land hat. Aber mir kommt's davor, dass der Schwarze schon sehr viel mehr Radius hat als ich. Gut, vielleicht hat er auch eine schnellere Einheit am Anfang gebaut. Auf jeden Fall ist der ziemlich stark dabei. Naja... Die Pikten schwärmen jetzt aus. Der Grüne geht nach links. Überraschenderweise. Wir versuchen mit der Gruppe hier anzugreifen. Jawoll! Sehr schön. Pikemen haben den Star of Battle bekommen. Sehr schön. Oh, die Heavy Cavalry ist auch nicht so schlecht. Schauen wir gleich mal. Und das hier würde ich tatsächlich gerne aus nächstes gleich einnehmen. Okay, ich kann es jetzt aber angreifen. Sehr schön. Geh gleich ein. Können wir gleich mal drüber nachdenken, ob wir da noch eine stärkere Einheit produzieren. Oh. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Einhörner sind auf jeden Fall die stärkste Einheit. Ganten. Äh, Minotauen. Zwerge. Cavalry. Katapulte. Elefanten. Pegasen. Pfeifen. Einhörner. Einhörner sind auf jeden Fall die stärkste Einheit. Eben den Elefanten. Aber hier gleich. Ohne Einheit rein zu hauen. Ich weiß nicht. Wie viel Geld haben wir denn? 1600. Nehmen wir mal Giganten. Das passt erst mal. So. Das ist mit ihm mal gleich hier herrin. So. Was ist der Schwede? Da muss er sich anstrengen. Arthur. Ein Arthur. Ein Arthur. Oh, da kommt es zum ersten Kampf. Und wir tritt ihn. Tritt ihn. Verlieren natürlich gleich mal. Oh Gott. Äh, ja. Der erste Kampf und Morgan Lefay gewinnt gleich mal. Er scoutet sich ne Burg aus und findet keine, die er angreifen kann. Die es erinnert sich als geschieht. Er ist er nicht. Er ist er. Der erste Kampf, der sich von ihm und ihm weinen. Das ist eine große Anpassung. Hier geht... Drei Reiter drin. Ei, ei, ei. So, was haben wir hier? Ah, Demon. Ach, ganz toll. Oh Gottse... Gottseid Dank. Eldros Pooch. Rimmel Smith. Was ist das? Gold plus 2. Was ist mit das hier? Naja. Vielleicht kriege ich tatsächlich immer plus 2 Gold. Die London Bridge. The Mouth of Thousand Thames. James Mouth London Bridge. Ja, okay. Also das ist die Brücke von London. Okay, ich hab's kapiert. Um... ... 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 die die der der macht das ja ja schon gut schon verstanden nicht so eine stadt ein 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 Ich hab das eigentlich geschickt, ey, oh Gott! Ich wollte eigentlich alle los schicken, ich hab gleich losgeschickt, oh Gott, sehr schön. Ja, das dürfts gewesen sein für den Blauen, der ist jetzt weg, ja, ja, die erste. Ah, scheiße, man! Fick dich, du blöde Dreckser mit deinen scheiß Einhörnern! Fuck. Ah nee, war ja wieder klar. Müssen wir mal hier ein Machtwort sprechen, ey. Wird's da sowieso nix bringen. Hm. Ja. 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 Nee, keine Schu... Oh! Nein, du... So, okay, gut. Da ist ja auch kaum was Gescheites dabei. Aber ich habe jetzt auch kein Geld, um bessere Einheiten damit reinzunehmen. Dann muss es halt erst einmal so sein. So. Äh... 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 Gehen hier hoch und versuchen wir da auch noch gleich noch ein bisschen was... Jawoll! Sehr schön! Nur... Na ja... Einheiten... Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, du kleine Drecksau. Jetzt kommt der wieder von da hinten. Das war ja klar. Mann, was ist das denn für ein Gesicht? Was zur Hölle? Ah. Okay. Muss ich mich hier auch wieder mit dem hier rumschlagen, ey? So, wo will jetzt der hin? Ah. Okay. Ich sehe schon, wo er hin will. Ähm. Oh. Gut. 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 Musik Gib mir meine Stadt zurück, du Äh Hä Ich glaube, ich wäre jetzt schön blöd, wenn ich da angreife Was ist das denn für Ich warte, glaube ich, hier erstmal Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll Ähm, ich weiß auch nicht, was das hier sein soll Wir werden es mal Sicherheitshalber auslöschen Ähm, ja Alter, wie sie jetzt alle auf die eigene Stadt wollen Und jeder sch... äh, geht bloß hin und wartet Oh mein Gott Ich bin nicht der Erste, der angreift Alter Aha Okay, Arthur hat es eingenommen Toch Kirch Du musst mir die Tür jetzt von hinten angreifen, du blöde Drecksau. So, jetzt nehme ich mir... Dieses Einhorn, ey, das ist nicht zu fassen. Dieses Einhorn, das ist einfach nicht zu fassen. So, das ist einfach nicht zu fassen. Einhorn, das ist einhorn. So, jetzt gehen wir doch ... Dieses Einhorn, der Krannert der Kunt. Ich bin einhorn. Musik 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 Um zu bewegen das war halt wieder so lange Okay. Warum? Achso, war nicht die Einheit. Ist auch immer komisch, weil die so angezeigt wird. So, ähm. Ich möchte jetzt mit denen. So. Weißt du, was ich versuch jetzt? Komm, bitte. Bitte. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch nicht euer Ernst. Dieses Eilen ist anteilt unverwundbar. Man kann es nicht töten. Was soll das denn? Was für eine Scheiße ist das? Was soll das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt kommst du von hinten natürlich, war ja klar Schick dich, Arschgesicht So Schnappen wir uns das hier mal endlich, damit das ein Ende hat Schick dich, Arschgesicht Es ist einfach schon abgestaubt, ey Der Arthur gefällt mir jetzt schon wieder nicht mehr Der macht mir hier schon wieder viel zu viel Krawall Schick dich, Arschgesicht Schick dich, Arschgesicht Kann doch nicht so schwer sein Das scheiß Land einzunehmen Schick dich, Arschgesicht 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 die einheit was denn es wird zwei ja ich hab's geschafft das elfenheim ist mein ja das problem wird halt nur sein dass ich wahrscheinlich nicht lange halten kann mit einer einheit bevor ich dann egal sie bekomme wird es ein bisschen dauernd schätze ich mal war ja klar dass da einer nicht schafft und jetzt hier niemand oder gerade einheit doch relativ schnell dass wir die hier zur verteidigung noch abstellen weil einhörner brauchen wir wir brauchen einhörer für das volk das hat er gesehen was die ausrichten szenenvolk ist damit auf jeden fall es hat noch nicht eine stadt haben sie noch okay geht wieder woanders hin wir heißen wir mal willkommen ich versuche mal das hier einzunehmen wir hätten auch einheiten könnten wir versuchten oh Täusch, ich hab die Spiel zu holen. Dann bauen wir auch die Berge. Was der jetzt dann natürlich nach oben geht, wundert mich nicht. Oh, okay. Na gut, beide sind ungeschützt. Ja, es ist halt jetzt blöd. Dann könnten wir vielleicht versuchen, dass er nicht wohin will. Vielleicht können wir ihn aber auch abfangen. Sehr schön. Sehr gut. Perfekt geklappt. Sehr schön. Vielleicht weiter. Oder auch nicht. Ach komm, wir müssen mich doch verarschen ey. Toll. Dann machen wir das wahrscheinlich wieder zurück ein. Acht Einheiten, das nicht gegen zwei schaffen ey. Ja, da hat er seine Burg komplett alleine lassen und damit war's das für das feen Volk. Das ist weg. Das ist weg. Da waren es nur noch fünf. Das ist weg. So, Warlord, thou dostst show some mirror. Du bist so blöd, du sollst doch nicht da rüber gehen. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich denen mal hier von unten den Rabatt machen. Ich wollte gerade alles sehen. Ich habe das comprendre, euch heißt das, was mir das erhöht. Das war's für heute. Ah, shit. Haltöchen! Dankeschön! Und dann... Over Oho Ähm... Mit euch... Mit euch... Mit euch... Woher denn mit euch hin? Hier kommt jetzt so schnell glaube ich Erst mal einer Vor allem der wird das auch eingenommen haben Da gehen wir schon hin Vielleicht... Ach wir lassen das Einhorn mal hier Gehen mit der Gruppe hier weiter Da 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 Ähm... Hierher Boah Komm ich da noch rechtzeitig hin? Nein BIn USA F simmerlo righteous Tor § Ber Venture Und Ab Da Aber die holen wir uns schon wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Äh... Echt? Ja, versuchen wir es mal. Sehr schön. Auch Heavy Cavalry, sehr schön. Bleiben wir da? Das sieht doch schon ganz gut aus. Ähm... Hallöchen Dusplay! Schönen guten Tag! Wie geht es Ihnen? Jawoll, ja! Ich weiß welches Spiel du nie spielen wirst. Hm... Da gibt es einige, aber du darfst mir gern deines nennen, was du meinst, dass ich nie spielen werde. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Diablo Immortal hat einen User-Score von 0,2 bei Metacritic. Achso, in der Richtung meinst du. Oh, ein neuer Held. Eadrix, sehr schön. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, warum es so schlecht bewertet wurde. Ging es da wieder um irgendwas Spezielles? Meistens ist es ja nicht unbedingt so, dass es wirklich eine Aussagekraft hat, beziehungsweise, dass es halt gerechtfertigt wäre. Da muss man lieber in der Richtung. Way to win Loot Limit. Ja, okay, da haben wir es ja schon. Äh, was? Rack. Woher kommt denn jetzt der Drache? Achso, ach, mit dem Held. Boah, Drache, Erdrick und das Einhorn. Wow, das ist eine starke Kombination. Die müssen wir eigentlich gleich losschicken. Weiß man noch nicht, wohin, aber müssen wir losschicken. Ähm. Wow, das ist mal eine Kombination, ey. Vielleicht gehen wir nach unten. Oh ja, das sieht nach guter Möglichkeit aus. Gehen wir nach unten. Oh, was? Ah, fuck, den Gegner habe ich jetzt übersehen. Shit. Ähm. Macht ihr mal die mal schnell kalt hier, bitte. Danke. Perfekt. Perfekt. Äh. Wann kapieren... Wann kapieren es eigentlich die Light Lamps, sag mal? Oder die... Weiß ich nicht. Marketing Typen oder wer auch immer diese glorreichen Ideen hat. Äh. Dass sowas nicht funktioniert. Boah. Boah. Okay. Herr Arthur, so machen wir das nicht. Was geht denn jetzt plötzlich wieder her? Ja. Okay, das war jetzt natürlich nicht so toll. Aber das werden wir gleich wieder ändern hier. Indem wir hier aus dem Feenwald rausstürmen. Mit meinen Pegasi. Pegasi. Äh. Das werden wir wieder einnehmen werden. Der hat einen langen Weg vor sich hier. Ja. Okay. Wow. Vereinheit. Ja, natürlich. Das blöde Einhorn verliert hier gleich beim ersten Mal. Ist... Ist klar. Beim anderen, da musste ich fünfmal dagegen anrennen. Mit acht, neun Leuten. Und hier... Das ist... Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. So ein verdammter Witz. Warum ist das immer nur bei mir so? Ich frag es ja nicht. Warte, dass du jetzt eh schon bei mir bist. Dann werde ich dich gleich zerstören. Hoffentlich. Oi, oi. Ja, ja, such dir nur genau das aus, wo du angreifen willst. Der Affe. Warlord, a mighty batter is brewing. Und das ist ja auch bei mir. Der Affe. Perfekt! Keine Einheiten? Auf jeden Fall wahrscheinlich zu einem von ihnen Dann machen wir das so, wir gehen die mal hier entgegen Das ist aber funktioniert Oh doch, das sieht sehr gut aus Perfekt! Sehr schön Blössch Blössch berfekt! boy Blössch 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 Hm. Eh? Thy destiny is forged in steel. Oh, sure. Let's try the next Angriff hier. Let's go. 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 Are you sure? Let's go. 비. See you. It's good. Oh. Right. Hier geht es mir Hier holt mir das hier zurück Nein Besser Oh, sie haben eins geschafft, wow, okay, okay Einmal hin habitual Phase, dich bühn » « So, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, irgendwie einmal nach oben. Wir haben mal eine schöne starke Truppe mit euch. Ja, da... So, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch. So, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch. Okay, ich verstehe. Müssen wir gleich mal aufhalten. Das war meine Start, du Arsch. Den holen wir uns hoffentlich dann. Aber nicht mit den Einheiten, glaube ich. So, ja. 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 Das war... So, ja. So, ja. So, ja. Das war nur einer? Hä? Hä? Hat sich da wieder irgendwas schief gelaufen? Naja egal. Entschuldigung. Körser. 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 Ah. Körser. 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 Untertitelung. BR 2018 ELEFANTEN! Oh, das ist natürlich richtig stark! ELEFANTEN! 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 Sieht ganz gut aus jetzt! ELEFANTEN! 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 in Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es... Das ist... Vor Runde 50 eventuell schon zu Ende sein könnte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Achso, ja, den hab ich ganz vergessen. Ach, naja. Du bist so ein Arschloch. Was soll das denn? Ah. 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 Ist auch nicht klar. Aber natürlich. Musik Ah, Magier, sehr schön Können sie eigentlich gleich weiter gehen 30 Oh, du blöder Arthur, du wüsstest also wissen, dann werde ich dir mal zeigen, was es heißt, wenn du was wissen willst. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? 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 Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ich habe 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 ich Hm. Kiitto. 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 Hoi. Kiitto. Toll. Jetzt haben wir 35. Jetzt könnte es in der nächsten Runde eventuell schon vorbei sein. Wie geht es? Ja. Wie geht es? Sind die Fläuern? Ja. Ja. Warte. 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 Deine Enemies are beyond vision. Nein! Ach nicht! So, eine Stadt! Dass du neue Einheiten da produzierst, das ist ja nicht von dir. Ja? Okay. Der Arthur ist n' Arsch. Okay. Vielleicht brauche ich doch noch ein paar mehren. Oh, doch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Musik Sehr schön Dann haben wir es auch geschafft Was ist denn das nächste Vape War War on an all female world Haha okay Also das nächste ist eine Welt Nur mit weiblichen Charakteren Mit 74 Städten Nur 4 Spielern Und 29 Ruinen Vape Wars Okay Wir haben dann die Wahl Zwischen Unschuld Äh Passion Äh Die Eiskönigin Und Korruption Okay Äh Das haben wir das nächstes Mal Der Schlacht Die Schlacht der Frauen Weil die Schlacht der Babes Wie man es hier so schön nannte Wird dann die nächste Karte sein Die wir haben Abstimmungen für Welche Volk wir dann nehmen Gibt's dann Äh Wenig später Auf Discord Dann könnt ihr da abstimmen Was für ein Volk wir dann Das nächste Mal nehmen Für diesen Vape Wars Sehr interessant Okay Hm Hm Also der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus Ähm Ab Äh 17 Uhr Gibt's dann Legend of Zelda Wind Waker HD Ähm Genau So sieht der Plan aus Das war ja schon Das war schon der ganze Plan Ähm Hier bleibt dann natürlich nur zu sagen Wieder vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Mit einer weiteren Äh Karte von Warlords Bei der Lux Ähm Mit den Sachsen Haben wir Das äh Englische Irische Göttische Reich Eingenommen Und das nächste Mal Werden wir Mit äh Den weiblichen Mit einer weiblichen Mit einem weiblichen Volk Meine Güte Ähm Was auch immer einnehmen Denke ich mal Hallöchen Lunak Und tschüss Lunak Hm Wie gesagt ähm In einer halben Stunde Geht's dann weiter mit Legend of Zelda The Wind Waker HD So würde ich mich natürlich freuen Wenn ihr da auch wieder dabei seid Und Wenn nicht Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend Und später eine gute Nacht Dann hoffentlich sehen wir uns In einem anderen Stream Oder In einem anderen YouTube Video Wieder Und Ja Bis später Oder bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal